Schalke Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Schalke befindet sich aktuell im Abstiegskampf. Vorheberrecht Getty Images für Schalke 04 wird es im Kampf gegen den Abstieg immer enger. Sollten die Königsblauen die Liga verlassen müssen, droht in jedem Fall kein finanzieller Kollaps. Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht wäre der erste Bundesliga-Abstieg seit 31 Jahren für Schalke 04 kein totales Desaster. Wir wären auch im Worst-Case-Abstieg im Einnahmeranking noch in einem Bereich der Platz 8 bis 10 in der 1. Bundesliga entsprechen würde. Es muss sich also niemand Sorgen machen, dass wir totalen Schiffbruch in den Spuren zur Ring erlösen erleiden, sagte es 04-Marketing-Vorstand Alexander Jobs den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für die Zukunft will der 45-Jährige den Klub zusammen mit seinen Vorstandskollegen Peter Peters, Finanzen und Jochen Schneider, Sport wieder so aufstellen, dass der Blick nach oben gerichtet werden kann. Wichtiges Spiel gegen Hannover uns allen ist bewusst, dass wir im Kerngeschäft Fußball dringend etwas tun müssen. Punkt. Das Produkt, das wir anbieten, stimmt einfach nicht, sagte Jobs vor dem richtungsweisenden Auswärtsspiel am Sonntag. Bundesliga, Hannover, Schalke 04, Sonntag ab 15.30 Uhr im Live-DK, beim Tabellenvorletzten Hannover 96.8 Spieltage vor Saisonende haben die königsblauen 9 Punkte Vorsprung auf 96, der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz liegt allerdings nur 3 Zähler hinter S04. Untertitelung des ZDF für funk, 2017